Probier mal. Willst du das essen? Ja. Mega. Was ist denn das geile? Super lecker. Geil. Ich mag Walnuss eigentlich gar nicht so gerne. Weicher. Willst du nur Walnuss? Walnuss schmecken mir nicht. Willst du die mal probieren? Die sind nicht so bitter. Geile, weiche Konsistenz. Ja, walnussig. Wie eine Walnuss? Aber nicht so bitter. Es kribbelt nicht so im Mund. Ja, die haben einen besonderen Geschmack. Voll geil. Sehr schön nussig. Es schmeckt anders. Ist nicht so bitter wie sonst. Ja, die sind irgendwie leichter und knuspriger. Ist ein bisschen weicher. Die sind ein ganz kleines bisschen salzig und so knackig und frech und gar nicht irgendwie bitzelig oder so. War nicht bitter. Voll cool. Findest du gut? Die sind richtig gut. Hast du noch mehr davon? Ja. Ich kann gehen. Ja. Willst du auch? Ja. Ja. Ja.